und zin wohn auf summer wohn auf earth wohn auf air sand slimeball melone schleimwelle kannst du herstellen warum fliegen die scheiß dinge einmal raus was ist falsch mit dir been fuck ok gleich sie doch dahin komm doch nicht meine kiste rein ach du kannst ja dafür brauchst du alchemie katalys den kannst du aus kaktus den slime machen lol ja aber slimeballs haben wir die slime bäume ja stimmt auch wieder also alles brauchst du ja nicht ne und die bären sind fast alle ausgereift lol das wird das nächste was wir verbessern werden definitiv da könnte ich ja die item conduits bauen wie brauchen wir denn dafür lass uns mal die mana 1 2 3 1 2 3 2 4 5 6 7 ja die muss ich einfach nur ändern hier ich hab obwohl ich könnte das komplett ändern einmal das heißt er würde die jetzt zuletzt produzieren die letzten hier so soll einmal mal da alle reinschmeißen dann produziert mache ich das nämlich dann bisschen ordentlicher dann leckt das nicht mehr so ganz ich hab hier die mana style immer noch nicht ich hab hier die mana style immer noch nicht dann 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 da dann da so Ich hab da keine Probleme mit. Wenn du pennen willst, dann geh pennen. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ich muss hoffen, dass er da eigentlich mal alles eingebaut hat. Der Mana Star ist dafür, dass du sehen kannst, ob du Mana gewinn oder Verlust hast. Ah ok, das ist natürlich geil. Ich zeig dir alle paar Sekunden an. Ich hab mich mal gefragt, wofür das Ding ist. Jetzt weißt du's. Ich zeig dir mal alle paar Sekunden an. Blau, Mana gewinn. Ja, und wenn ich wahrscheinlich dann das Ding reinschmeiß? Rot. Ja, weil er Mana verliert. Warum schmeißt der mir die ollen Sitzlinge bei mir in die Richtung? Das kann doch nicht wahr sein. Der soll die doch da reinwoppen. Wie der Exer gesagt, soll die da reinschmeißen. Oder sind das jedes Mal Oaksitzlinge hier? Nespoos. Ich hätte immer nicht Mana das einfach mal hergestellt gehabt. Komisch. Oder er müsste gleich abstürzen, der Server. Hä? Und der Server stürzt gleich ab. Jetzt gab es schon eine Stunde 30. Kann sein. Ich schmeiß halt mal das hier rein. Das kann auch weg. Das hätte ein Problem. Achso, der schließt ja direkt an. Genau. Deswegen sind die so. Gucken wir das alles mal eben kurz verstauen. Oh, hab ich da jetzt draufgeklickt gerade. Du bist eine Röpsi. Du bist Kotzi. Nee. Und warum einfach nur so? Es war mir schon fast klar. Cool. Ich kann ja gedankenweisen, doch. Du doch nicht. Na, ich weiß. Ich hab gehindert. Nein. Macht der daraus Plastik? Ja, daraus macht der Warplastik. Ja, können wir nochmal die Kiste füllen. Zu viel Material. Wir haben wieder dabei. Hatte, dass das sowas nicht gibt, ist das Mann? So ein Stück hier automatisch mit Lava füllen kann im Moment, wenn da was fehlt. Wär schon nicht schlecht. Nee, das kannst du leider nicht. Du kannst jetzt eine Konstruktion machen mit dem Dispenser. Dann soll er da Lava rausziehen. Beziehungsweise Lava in Fluid Transposer packen. Den Lava einmal in Dispenser, den Dispenser austropen lassen. Lassen den Leeren einfach rauspumpen und wieder im Kreislauf machen. Dann geht das. Ja, was denn? Ich weiß, dass ich wieder viel zu aufwendig für dich, ne? Ja. Dachte ich mir schon. Nee. Guck ich mir mal ihn an, was machst du denn? Ach, da vorne die Lava. Dinger, oder? Ja. Das ist ja nicht für welche. Living Walk. Dann bin ich ab und zu rum. Und füll das immer nach. Ja, gut. Musst du natürlich, ne? Hm? Musst du natürlich dann so machen. Ja, ich weiß gar nicht, wie das mit einem Tank ist. Hm. Glaube ich nicht, dass du so ein dieser 16er Tanks meinst, ne? Ja, ob das auch Energie davon zieht. Ich glaube eher weniger. Ja, kann man testen, ne? Kannst du ja mal ein 16er machen, aber... Glauben würde ich jetzt nicht ganz. Machst du da Tanks noch, oder? Nein. Okay. Musst du greifen, brauchst Obsidian. Schabe keinen mehr hier. Hm. So, du bist leer. Du hast noch 10.000. Okay. Ja. Hier ist alles auch wieder voll. Also langsam kommt alles, dass es ein bisschen überfüllt wird. Deswegen müssen wir ihn auch in dem Esel haben. Aber das dauert noch. Ein bisschen Eisen, noch ein bisschen Wettstone. Musst du meise. Ich werde jetzt alles, was da hinten so stromtechnisch ist, mal ein bisschen hier rüberführen. Machst du mal. Hm. So. Und schon mal die Alten konnten uns anschließen. Ja. Ach, scheiße. So hätte ich die nicht anschließen sollen. Ach, ich habe sie denn, habe ich. So. Ach, ich habe sie denn, habe ich. Stromkabel. Stromkabel. Ne. Extract. Stromkabel. Extract. Ah, fuck. Untertitelung.